Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen auf meinem Kanal. Es wird ein längeres Video, also wer dazu keine Lust hat, müsste fast jetzt gleich wieder ausschalten, weil ich wollte ein Review Video machen, also sozusagen meine Erfahrung zu diesem Physical Formula. Das war ja in der Surprise Box von Rossmann und die hat 32 Euro gekostet. Ich meine, dass diese Surprise Boxen oder zumindest diese Überraschungsboxen nur online erhältlich sind und kann sein, dass sie auch monatlich erhältlich sind. Das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt so nach und nach rausbekommen. Das habe ich leider im Internet nicht wirklich gefunden, aber das ist halt so. In diesem Sinne abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Wenn ihr ein verrücktes Huhn gerne immer anschauen wollt, verbringt mit mir gerne so immer eine Viertel, halbe Stunde Zeit. Me-Time, nur wir zwei. In diesem Sinne holt sich was zu essen, holt sich was zu trinken, weil es dauert definitiv länger, glaube ich. Ich habe schon einen Primer drauf. Alles was ich so verwende, tue ich an die Seite. Und ein Serum habe ich drauf und zwar das Serum ist dieses hier. Das ist von This Works. Das war in der Glossy Box. Ist sehr flüssig und ich würde auch empfehlen, es immer hochkant hinzustellen. Ich stelle es natürlich jetzt hinten auch hin, weil es einfach von der Lagerung jetzt hier in der Küche, weil ich habe mir gedacht, das machen wir jetzt heute wieder in der Küche. Sehr flüssig. Ich bin froh, wenn es alle ist. Diese This Works Produkte sollen ja wirklich sehr gut sein. So einen richtigen Effekt habe ich jetzt da nicht gesehen. Allerdings ist es auch nur eine kleine Probe. Ja, genau. Dann habe ich drauf einen Primer. Ich habe das einfach schon drauf gemacht, damit der einzieht und zwar von Note. Der ist wirklich gut und der ist in so einem Pumper. Das finde ich total super. Und der macht die Haut wirklich ganz weich. Das ist wie wenn du ein Peeling vorher gehabt hast. Also wirklich ganz toll. Und der soll ja mal antrocknen, damit es nicht so fettig ist. Ja, was haben wir denn heute vor? Entschuldigt, ich muss mal Nase putzen. Ich würde zwei Seiten schminken, weil ich habe zweierlei Make-up. Wo ist es denn jetzt? Und zwar einmal habe ich so ein Tübchen. Also das ähnelt sehr, also Tübchen nicht, also so eine Schatulle, wo das drin ist, zeige ich euch gleich. Das ähnelt sehr dem Make-up von Nivea. Da ist ja auch so ein Schwamm drin und das ist getränkt mit Make-up und dann tust du mit so einem Brush im Vorfeld da so eintunken. Und dann haben wir ein BB-Stick. Da bin ich sehr gespannt. Allerdings muss ich sagen, beide Produkte glaube ich, dass die zu dunkel sind. Das testen wir jetzt einfach mal und wenn es halt scheiße aussieht, dann ist das das Resümee, was ihr dann von mir bekommt, natürlich auch dementsprechend. Mein Senf dazu wird dann nicht so brickelnd sein. Aber es geht ja hauptsächlich darum, wie lassen sich die Produkte verarbeiten, wie geben sie sich Bröselts oder wie auch immer. Ich habe auch zwei neue Pinsel dabei, die ich gleichzeitig testen möchte. Ich hatte ursprünglich vor, bestimmte Sachen nicht zu öffnen, aber nachdem mich ja jetzt einige schon angeschrieben haben, wie sich die Produkte dann geben, dachte ich, na gut, dann testen wir sie halt mal. Weil ich finde schon, aufgrund des Preises der Produkte sollte man dann schon wissen, wie sie sich geben, weil ich habe es in dem letzten Video alles reingeschrieben, die sind schon ordentlich teuer. Also für meinen Geschmack eher so Richtung High-End oder zumindest in die Richtung. Und dafür muss ich sagen, müssen die Sachen schon wirklich gut sein. Ja, ich habe aber wie gesagt nicht alle Produkte von dieser Box genommen. Unter anderem nehme ich nicht die Palette, dann nehme ich dann das Blush, alternativ. Und ich nehme auch nicht den roten Lippenstift, weil der bleibt zu. Der kommt mal in eine Verlosung rein. Genau, ich würde sagen, wir fangen an. Als allererstes nehmen wir das Mineral Puder. Da war ja schon von der Verpackung total geflasht. Also sowas Nettes. Ich habe ja dann recherchiert im Internet, zumindest erst auf der Rossmann-Seite, wie teuer die Produkte sind. Ich habe sie leider nicht alle gefunden. Allerdings, was mir aufgefallen ist, weil mir waren die Produkte völlig fremd. Allerdings ist mir aufgefallen, auf der Seite, wenn du dieses Physical Formula eingibst, da waren dann schon Sachen dabei. Da war zum Beispiel ein Bronzer, wo ich die Verpackung schon kannte und dachte ich, ja doch, ach, die sind das. Ich hätte das nie gelesen. Also überhaupt ganz komisch. So, was steht denn da drauf? Airbrush-Technik korrigieren. Ja, genau. Man sollte reindrücken bis zur gewünschten Deckkraft auftragen. Ja, okay, dann testen wir das mal. Wir machen, wie gesagt, zwei Seiten. Ich muss mich danach wahrscheinlich abschminken, weil ich kann da nicht mit zwei verschiedenen Handtagen rumlaufen. Aber was macht man hier alles für euch? Und ich will ja auch anders als jetzt, weil ich bin, ich sehe immer total übermüdet aus. Ich bin grundsätzlich immer müde. Mir drehen immer die Augen. Deswegen habe ich auch immer so ziemlich helle Augen. Ja, da ist zum Beispiel dabei so ein Buff, sage ich mal. Den wollte ich eigentlich nicht nehmen. Allerdings werde ich das ja dann auch nicht wirklich testen. Ich wollte eigentlich meinen Beautyblender nehmen. Ob ich den noch hole, ich weiß nicht. Ach, wir testen es jetzt einfach mal so, weil genau den habe ich jetzt nicht dabei. Ist ja immer so, gell? So, also das ist in so einer schönen Verpackung. Es ist kein Spiegel, oder doch? Ah, schaut mal. Also es ist ein Spiegel, allerdings ist da so eine Folie drauf. Die lasse ich jetzt drauf, weil ich finde es immer schöner, wenn das ein bisschen sauber ist. Man macht das dann auf. Schaut es mal. Es riecht nach irgendwas, aber ich kann es nicht zuordnen. Gut. Ich glaube, ich hole doch mal den Beautyblender einen kleinen Moment. Aber ich muss dann nachher die Videos durchschneiden. Also das ist mein Beautyblender. Der ist jetzt ein bisschen ranzig. Den habe ich jetzt gerade nicht gewaschen, weil ich habe ihn heute Morgen natürlich schon verwendet. Ich habe normalerweise gerne diese großen. Ja, stürmerich ist. Aber ich finde den kleinen für hier drunter super. Und ich nehme zur Reinigung, ganz ehrlich, Seife. Und das nehme ich auch für die Pinsel, für alles. Ich habe in der Corona-Zeit, hatte ich mir ein paar Seifen selber hergestellt. Unter anderem auch Lavendel, Sheabutter und Aloe. Da weiß ich definitiv, dass da keine Zusatzstoffe drin sind. Und da gehen diese ganzen Schwämme super sauber. Allerdings jetzt gerade brauche ich mich. Also von dem herbei Spaß sind. Okay. Wir probieren es trotzdem mit diesem komischen Puff. Ich nehme da jetzt ein Fixing-Spray drauf, mache vielleicht. Also ich nehme da jetzt ein Fixing-Spray von Essence. Also es ist ziemlich glatt. Ob das das jetzt aufgenommen hat? Ja, es ist feucht. Und dann tunkt man das. Also ich kenne zwar solche Produkte, habe es aber selber noch nie verwendet. Dann tunkt man das so einmal ein. Also der Busch sieht dann nicht mehr so schön aus. Und dann, also ich rutsche jetzt mal hin. Ich brauche wieder mein Schmink-Ding. Dann tut man das dann sozusagen auftragen. Eieiei. Ich sehe jetzt schon, dass es nicht meine Farbe ist. Und dass es mit diesem Teil sehr fleckig wird. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt blendierte Haare wieder habe, sieht man das natürlich, wenn die Farbe nicht so wirklich gut ist. Ich glaube, ich nehme doch mal den Beauty-Blender. Also der ist jetzt versaut. Und deswegen habe ich auch diesen Spiegelabdruck nicht abgemacht, weil ich mag das dann nicht, wenn das so versifft aussieht. Also ich meine, gut, auch wenn ihr zum Beispiel eine Schminktasche habt, das sieht dann nach einer Weile einfach voranst aus, oder? Wie geht es euch? Also ich tue jetzt einfach nochmal da rein tunken. Ich bin ja der Meinung, ich meine, der ist schon ordentlich gedrängt, dass das ziemlich Geldmacherei ist. Weil wenn man sich überlegt, das ist nur ein Schwamm. Und da ist wirklich minimal Produkt drin. Also da finde ich schon, machen wir auch die Lippe, die Hälfte, finde ich schon, dass das ein bisschen Abzocke ist. Wie seht ihr das? Ich würde mir gern zum Beispiel, ich wäre auch für eine Kooperation mit Nivea echt Fan, da gibt es ja auch dieses Make-up, was die selbe Form so hat wie dieses. Allerdings kostet es 15 Euro, und es ist ja auch nur ein Schwamm. Und da kaufen wir mir lieber die BB-Cream vom Garnier, und die kostet mir 4,99 Euro, ohne irgendwelche Rabatte. Also zum Auftragen ist es super. Wie gesagt, das Video wird heute echt lang. Ich bin der Meinung, man kann ja die ganzen Videos auch zuschneiden, aber da sieht man ja eigentlich gar nicht, wie lange das dauert. Und deswegen lasse ich die Videos eigentlich sehr gern so, wie sie sind. Also auf dem Spiegel, muss ich ganz ehrlich sagen, macht sie sich wirklich gut. Den Stick werde ich mit dem Pinsel, den ich von Wet in the Wild gestern, also beziehungsweise von Rossmann Kassel, also sie ist schon sehr, ja, es ist ein bisschen dunkel. Also das sehe ich schon. Allerdings vom Auftrag her, sie deckt nicht wirklich viel, aber macht jetzt erstmal so einen guten Eindruck. Also es ist jetzt eine Seite. Sieht ein bisschen ölig aus, glänzt sehr. Ich werde auch keinen Puder drauf machen. Also wirklich heute, entweder sehe ich hinterher ganz schlimm aus, oder okay. Also mit dem Spiegel hier, ich sehe das immer an Lippen, ob das dann vernünftig ist. Weil so typische europäische Frau kriegt ja gerne im Alter auch hier so Lippenfältchen. Und wenn sich das dann so reinkriecht, da sieht man es am schnellsten. Und hier auf dieser Stelle, hier oben an die Augen. Ja, also von Nahen ist es echt okay. Kann man nichts sagen. Verwalten, ja gut, wir sind ja noch nicht fertig. Und komischerweise bin ich immer müde. Also ich habe auch einen Magnesiummangel und einen Eisenmangel und dann nehme ich dann auch mal Produkte und dann ist das eine Weile wieder gut. Und dann, ja. Wie gesagt, was ich an den Produkten immer nicht so schön finde, dass man halt einfach diesen versauten Schwamm dann wieder da rein macht. Und ob dieser Deckel da drauf ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Das ist dann halt einfach irgendwann verranzt. Aber das testen wir jetzt mal, wie das so funktioniert. Ich tue es mal beiseite. Und dann haben wir als zweites, wie gesagt, ich habe ein bisschen Heuschnupfen und dann läuft mir immer mal die Nase. Also nichts denken. Nichts anderes. Und als nächstes, für die zweite ungeschminkte Seite, haben wir diesen BB-Stick. Von der Farbe her, also da ist ja hier unten die Farbe. Ich glaube aber, dass das vielleicht, also hier steht Concealer und Foundation Touch-Up-Tool. Okay. Ich denke, da wird es auch keinen helleren Ton geben. Das probieren wir halt jetzt mal. Und ich weiß, also bei einigen von euch, die nehmen ja wirklich auch oft so Sticks. Ich mag eigentlich, also ich mag keine Puderprodukte in der Foundation. Aber ich mag auch nicht so gerne Sticks, weil ich glaube, das ist halt so, wie jeder, wie er so mit der Zeit halt das gemacht hat oder zumindest gewöhnt ist, wie er sich geschminkt hat. Das kommt halt immer drauf an. Wie gesagt, ich habe halt auch schon mehres ausprobiert. Ich habe angefangen mit Puder, so als 16-Jähriger und bin ich auf richtige Foundation umgeswitcht. Allerdings, weil ich ja eben auch schon ein bisschen älter bin. So, das ist jetzt der Stick. von der Farbe her. Also von der Farbe her, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen heller. Hat so leicht einen Rotstich. Der hier hat den Gelbstich, der Rotstich. Okay. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Also jetzt werde ich mal schauen. Also die meisten machen ja dann immer, also mit denen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also das ist auch das erste Mal. Ich hatte mal einen, so einen Pickelstift vor 15 Jahren. Und immer wenn ich dann eine Pickel hatte, habe ich dann als Teenie oder so, hast du das gemacht. Da hast du halt immer einfach so gemacht. Und anstatt man es dann verblendet hat, hat es immer die Punkte gehabt, mit was man angefangen hat. Das Wahnsinn. Also ich mache jetzt einfach mal so. Also das ist auf jeden Fall eine andere Farbe, wie was ich jetzt drauf habe. Und den Unterschied wird man sehen. Dann vielleicht in der Nase und in den Augen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel nimmt man da. Solange es meine Rötung abdeckt, ist mir das eigentlich egal. Mai, wir probieren es jetzt mal. In ein kleineren Jahr. Ja. Dann nehme ich, wie gesagt, diesen Pinsel von Wettenwald mit diesen schönen Rosa. Und nachdem ich ja in der Küche bin und werde ich den auch einfach noch ein bisschen anfeuchten. Wieder mit dem Fixing Spray von Essence. Was haltet ihr grundsätzlich von Fixing Sprays? Da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Der eine sagt, das ist, bringt eigentlich alles nichts. Aber ich weiß nicht. Also mit dem Pinsel funktioniert das nicht. Oder? Ich habe da mit dem Pinsel auch überhaupt keine Erfahrung, muss ich sagen. Das ist jetzt auch das erste Mal, weil ich das auch in einigen Videos schon gesehen habe. Aber, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist angenehm. Es ist wie so eine Massage auf der Haut. Aber, so schminken wollte ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das wäre jetzt nicht meins. Also da ist auch, weiß ich natürlich nicht, ob das Produkt gefühlt alles im Pinsel ist. Es ist auf jeden Fall viel heller. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Gefällt mir auch so auf den ersten Blick überhaupt gar nicht. Das heißt, ich werde jetzt noch mal ein bisschen drüber gehen. Weil hier oben, wie ihr das seht, der ist total fleckig. Gut, der Übergang zu diesem, zu dieser anderen Foundation, den sieht man natürlich, also, seht ihr da schon den Unterschied? heller, dunkler? Wahnsinn. Also zum, als Concealer vielleicht, könnte ich mir vorstellen, zum drunter machen. Weil Concealer ist ja auch irgendwie cremig dann. Also da nehme ich dann lieber einen Beautyblender. Sogar schon das Make-up in den Haaren. Also da bin ich eher für einen Beautyblender, muss ich sagen. Gut, das ist halt auch, wie man es halt dann immer schon über längere Zeit genommen hat, wie man das gewöhnt ist. die Ricarda, wie heißt die Ricarda von, oder von Raffis Plastik Life. Die habe ich ja damals noch gesehen, die fand ich total lustig. Die hat mir gesagt, du musst das einschlagen, in die Haut. Bis du blaue Fresse hast. Die fand ich so lustig. Es gibt halt viele Gestörte, da zähle ich mich auch dazu. Also Gestörte im Positiven, gell? Also wenn ich jetzt den Vergleich sehe, also auf dem ersten Blick gefällt mir die Seite wirklich gut. Guck, glänzt halt jetzt. Der Farbton selber ist jetzt nicht schlecht. Also wenn ich ihn jetzt aussuchen müsste, wäre der Farbton der, von der Konsistenz der, das klebt ein bisschen. Und von Nahen sieht man auch wirklich einen Unterschied. das ist ein bisschen dunkler und das ist total hell. Aber mei, wir testen ja heute. Aber mit dem Beautyblender, muss ich sagen, lässt es sich gut verblenden. Geht nicht in die Fältchen. Also wenn man jetzt rein von der Farbe her geht, dass die verkehrt sind, aber beide, muss ich sagen, in Ordnung. Wenn ich jetzt aber wählen müsste, von der Farbe her, wäre die und von dem Auftrag von die wieder. Also total schwierig. Also beide eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also wirklich, wie gesagt, der Ton ist halt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, der Ton ist halt einfach zu dunkel und der ist zu hell. Aber wir testen ja. Also grundsätzlich, muss ich sagen, hätte ich das nicht gedacht. Allerdings, aufgrund des Preises, habe ich schon gehofft, dass das ein vernünftiges Produkt ist. Wie gesagt, mit dem Pinsel, den hatte ich mir extra gekauft. Allerdings glaube ich echt, dass dieser Pinsel hauptsächlich Produkt schluckt. Schreibt mir mal, für die, die Pinsel verwenden, ist das so oder benutze ich das falsch oder muss ich den trocken verwenden? Weil ich habe jetzt, wie gesagt, ja, der fuzzelt schon ein bisschen. Weil ich habe ja jetzt das Fixing-Spray drauf gemacht vorher. Aber nachdem ich überhaupt keine Erfahrung damit habe, weiß ich es halt einfach nicht. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da was falsch gemacht habt. Man lernt ja nie aus, gell? Da bin ich schon froh, wenn ich da auch ein paar Tipps bekomme von euch. So, was nehmen wir als nächstes? Ich mache dann immer, was mache ich dann immer? Ich mache dann eigentlich immer Bronzer, Blush und Lidschatten drauf. Nachdem ich die Lidschattenpalette nicht verwenden muss, das Blush her. Das ist ja dieses total niedliche, wo ich ja eigentlich gesagt habe, ich möchte das nur hinstellen. Aber dann habe ich mein Badezimmer gesehen und habe mir gedacht, oh, das ist schon wieder zu viel. Und nein, das möchte ich nicht. Und das heißt, wir verwenden das jetzt. Und in meinem Endeffekt kommen immer niedliche Sachen so nach und nach raus. Aber das wird es immer wieder geben und wenn man sich das immer wieder hinstellt, dann muss man anbauen. Obwohl, das wäre ja eigentlich die Idee. Also für alle die, wo die Männer mal sagen, nein, wir haben genug Platz, stellt es einfach ganz viel Schmink ins Paar. Und dann sagt sie, wir müssen anbauen. So, also stellen wir mal das hin. Das war ja dieses total süße und ich meine, das hat 30 Euro gekostet. Das finde ich schon echt übertrieben. Das hat so einen kleinen Pinsel, den verwende ich jetzt aber wirklich nicht unter den Spiegel. Also, nee, also bei allerliert. Nein, das mache ich jetzt nicht. Schaut mal, diese Farben. Ach, toll. Ja, was nehmen wir da jetzt? Fürs Auge wüsste ich schon, was wir nehmen. Und für die Wangen, hm, ich würde sagen, für die Wangen, da fangen wir mal mit einem ganz, 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 ganz leichten Pinsel an. Also, ich würde sagen, wir mischten das, oder? Dass man sagt, man mischt das. Ich habe jetzt einen Blush Brush von Zoeco. Ich muss bloß in einen Spiegel nehmen. Ich sehe das. Ich bin ja auch Brillenträger. Ich sehe mich zwar, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich davon in der Nähe mache. Ich muss das echt hier in den Spiegel machen. Da werden natürlich jetzt beide Seiten nehmen, weil da habe ich ja nur einen gekauft. Okay. Sehr pinky. Würde ich so nie, also das Dunkel, sehr nach. Von Nahen her sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt. Also, man sieht das auch gar nicht. Und ich werde auch von diesem rosa Blush nicht mehr drauf machen, weil das ist schon alles zu viel des Guten. Ich schmink mich gerne und auch manchmal ein bisschen mehr. Aber dadurch, dass dieses rosa echt so ein kitschiges rosa ist, machen wir da mal ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, jetzt nehme ich noch mal die andere Seite. Also, wie gesagt, das bröselt auch relativ wenig. Ich habe hier extra ein Handbuch liegen, weil wir gedacht haben, da sauge ich wieder alles vor. Ich habe heute Morgen von Gosch ein Blush genommen und zwar habe ich das als Lidschatten nehme ich das im Moment, weil das so rosa ist und das hat, wenn ich da einmal so gemacht habe, echt ungelogen das ganze Waschbecken vollgebröselt und sowas mag ich überhaupt nicht. Eigentlich die meisten Produkte bröseln, aber das bröselt so sehr, dass du eigentlich, wenn du helle Sachen an hast, vorher kannst du gar nicht bringen, also überhaupt nicht. So, jetzt machen wir die andere Seite. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es da ausschaut. Hier ist natürlich die Foundation, die BB-Cream, so hell. Also es sieht aus, wie gewollt und nicht gekonnt. Gut, dass ihr das nicht so seht. Also von nahen ist es echt grausam und man sieht auch hier komplett meine Poren. Das sieht man in der Kamera immer gar nicht so, aber ich finde es ganz schlimm. So würde ich jetzt, egal welche Seite, ich würde so nicht rausgeben, weil hier ist es zu hell und man sieht meine Poren und hier ist das Make-up zu dunkel und das rosa sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Okay, als Blush ist es durchgefallen. Würde ich nicht nochmal verwenden. So, dann probieren wir uns halt mal an, als Lidschatten. Also wie gesagt, nochmal diese Farben und dann nehme ich ja immer ein Tuch, weil ich ja immer so blöd bin für einen Eyeliner und da fange ich eigentlich ganz gern mit dem hellsten Ton an. Ich nehme den Pinsel von Essence, den Eyeshadow Brush. Den habe ich mir gekauft für die Unique Produkte von der lieben Marion, von Marions Lila Welt. Schaut es da gerne mal vorbei. Also es bröselt jetzt dann mehr, aber es ist ja klar, ich habe einen festgebundenen Pinsel. Schaut es mal. Das muss man dann natürlich ein bisschen abholfen. Ich weiß gar nicht, was habe ich heute? Die letzten Tage hatte ich auch eins, ein Produkt, einen Lidschatten. Jetzt habe ich den abgeklopft und habe gar nichts in meinem Pinsel. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Also jetzt nehmen wir erstmal einen Unterton. Einfach, dass wir auf dem Lid mal eine Farbe haben. Wie gesagt, das ist kein Lidschatten, das ist mir schon klar. Aber ich benutze die Produkte sowohl als auch. Also minimaler Unterschied, schaut mal. Sieht man gar nicht. Aber das ist egal, weil ich will es ja als Unterton nehmen. Das heißt, ich kann jetzt gleich das andere Auge auch gleich nochmal so machen. Die schönen Buchstaben, die da eingestammt waren, die sind natürlich gleich weg. Aber mei, das ist halt so, da war ich von meiner Dior Palette auch ein bisschen enttäuscht. muss ich sagen, die Dior ist ja natürlich auch keine Drogeriemarke. Aber ist natürlich ein sehr gutes Produkt und du merkst schon einen Unterschied. Aber wenn da so, dass Dior eingestammt ist, also normalerweise solche Produkte nehme ich dann meistens gar nicht. Und die ist mir ja dann auch runtergefallen und eigentlich ist sie schon zerstört. So, das heißt, ich habe jetzt diesen Unterton drunter. Also den sieht man eigentlich so gut wie nicht, aber das ist ja gewollt. Und ich würde zum Beispiel am Wochenende auch nur so einen ganz leichten Ton tragen, weil ich da einfach wenig Farbe im Gesicht haben will. So, dann nehmen wir jetzt kann ich nochmal abklopfen. Dann nehmen wir einfach mal den Ton und setzen den drüber. Also man muss schon ordentlich rumrühren in der Farbe, dass überhaupt was abgeht. und also total fallout im Auge. Aber sehr zart. Und das finde ich eigentlich ganz gut für diese Farbe, also für diesen Brush, weil eigentlich Brush passt ja gar nicht hochpigmentiert, so doll finde ich. Aber ich finde ihn als Blush jetzt eher nicht gut. Aber da sind ja die Geschmäcker auch verschieden. Also man sieht jetzt, dass ich halt schon was drauf habe. Aber es ist halt alles nicht zu übertrieben und das finde ich eigentlich echt okay. Das wird halt ein pinkiger Look. Was macht ihr am Wochenende sowas habt ihr vor? Bei uns ist ja heute Feiertag. Das heißt, ich war heute Morgen auch schon unterwegs mit dem Auto und musste einen Leihwagen wegbringen. Das war echt schön. Fast kein Mensch auf der Autobahn. Auf der Rücktour schon. Aber ich bin schon um halb sieben losgefahren. So. Also das rosa ist genau wie die anderen drei rosa Töne sehr minimalistisch. Aber das ist ja in Ordnung. Das lila werde ich nicht verwenden, weil ich habe ich habe noch diese Kajalstifte, die ich noch testen will. Also wir knallen heute alles drauf, was in der Box war. Oder zumindest fast alles. Ob das jetzt passt, ist jetzt völlig wurscht, weil wir wollen ja sehen, wie sich die Produkte geben. Wie gesagt, das Blush jetzt als Lidschatten finde ich in Ordnung für jemanden, der nicht so mutig in der Farbe ist. Also das finde ich echt okay, Schatz. Also das finde ich völlig in Ordnung. Wie gesagt, man muss es echt dann ausschütteln, weil die so von der Farbe her aber es ist fast nichts raus. Also wirklich in Ordnung. Finde ich jetzt echt okay. Als Blush würde ich nicht verwenden, aber so als Alltagslook oder wenn man rosa Kleidchen anhat oder weißes für den Sommer finde ich sowieso so hellere Töne ganz gut. Also gefällt mir. Kann man als Lidschatten nehmen finde ich echt in Ordnung. Als Blush wie gesagt nichts. Ist aber jetzt von der Palette her, ob das jetzt Blush oder Lidschatten wäre, ein okay Produkt würde ich niemals 30 Euro dafür ausgehen. Niemals. Da kann sonst was für eine Marke draufstehen. Dafür muss ich sagen, ist es nicht so weitfall. Allerdings die Farbe ist in Ordnung, aber mehr auch nicht. So. Dann also Blush haben wir drauf. Lidschatten haben wir drauf. Sollen wir den Bronzer noch nehmen? Ich glaube, das wird ein Max nicht besser, aber das war ja der, wo ich echt überlegt habe, den nicht zu verwenden. Aber ich wollte euch ja so ein Video drehen. Wir probieren es jetzt einfach mal, weil ich bin ja auch neugierig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da echt gespannt bei vielen. Ich habe ja auch einige im Abo, aber das Problem ist, du schaffst gar nicht alle anzuschauen. Ich weiß nicht, wie macht sie das? Also, ich habe gar keinen normalen Fernsehmer und ich bin nur noch hier auf YouTube unterwegs. So. Machen wir da wieder zu. Wie gesagt, diese Marke kenne ich überhaupt nicht. Ich habe sie zwar jetzt wie gesagt bei Rossmann gesehen, aber diese Verpackungen sind meistens so wie die oder in so einen Regenbogenfarben. Und da ist sie mir dann aufgefallen, dachte ich, das habe ich schon mal gesehen. Verschluss ist schon mal auch kaputt. Deswegen wundert mich also hier auch kaputt. Also, ja. Aber nachdem dieses Produkt kein dauerhaftes zu Hause bei mir haben wird, okay. Also auch wieder zweigeteilt mit einem Spiegel. Also das finde ich ja echt nicht schlecht. Und da ist sogar unser Löcher drin. Das heißt, wenn da brüseliges Zeug drin ist, das rutscht raus. Aber es hält halt überhaupt nicht. Aber dieses Produkt wird nicht lange bei mir ein Zuhause haben. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Aber es sieht wirklich gut aus. Ist eher, würde ich sagen, wie so ein Highlighter, oder? Also das war als Bronzer drin. Ich würde es aber eher als Highlighter nehmen. Was meint ihr? Dann nehmen wir mal einen ganz vorsichtigen Pinsel. Weil, wer weiß, wie der pigmentiert ist. Machen wir mal erst Swatchen. Ja. Okay. Also ist schon. Ja, es ist kein Highlighter. Es ist ein Bronzer. Aber ich mache trotzdem mal vorsichtig. Wie gesagt, das ist kein geschminktes Gesicht, wo ich rumlaufen würde. Also überhaupt nicht, weil das zählt für mich eher als Highlighter. Weil, schaut's, es hat schon ganz schön Gabum. Und wie gesagt, diese Seite von der Foundation ist viel zu dunkel und die dunkelt immer noch nach. Ist alles viel zu viel. Also für meinen Geschmack. Wie gesagt, da sind ja die Geschmäcker verschieden. Das bröselt auch total raus. Obwohl ich diesen ganz leicht gebundenen Pinsel habe. Komm mir so ein bisschen vor wie so ein Clown. Aber das ist echt zu viel. Das ist echt zu viel. Also entschuldige bitte, da muss ich mit einem Beautyblender drüber. Das mache ich auch immer ganz gerne. Also wenn man so Restfoundation noch hat, wenn es mir einfach zu viel ist. Wie gesagt, die ganze Gesichtshälfte ist total falsch geschminkt. Also ich mache euch mal ein Video irgendwann nochmal, wie ich mich nochmal schminke. Ich habe ja ein paar neue Paletten. Und aber so würde ich niemals. Man sieht es ja in der Kamera Gott sei Dank nicht so. Ich mache auch keine Augenbrauen heute drauf. Weil ich bin ja jetzt wieder frisch blondiert und den Augenbrauenstift, den ich derzeit habe, der ist zu dunkel und das nee, das würde ich nicht aussehen. Ja, was sage ich zu dem Bronzer? Zu viel des Guten. Nice to have. Kommt nicht weiter in der Verwendung. Ist einfach zu viel. Würde ich auch eher gesagt als Lidschatten verwenden, als Außenfarbe. Für sowas finde ich das immer ganz gut. Also wenn ihr zum Beispiel nicht so viele Boxen im Abo habt, dann habt ihr immer mal mit so einem Produkt, wo ihr sagt, zu viel, dann macht es euch doch einfach auf die Augen. Also das mache ich halt immer, weil ich da das, schau mal, das geht aber nicht zu. Also dafür, dass das so, ich glaube, der kostet sogar 15 Euro, dann ist das echt Fuscherei. Also ganz ehrlich, da muss ich, muss ich ganz, ihr hört es mal, das ist eine Frechheit für so viel Geld. Das andere ist mir auch kaputt gegangen. Also dieses hier, das braucht man jetzt nicht. Das ist dieses Arganware. Also da muss ich ganz ehrlich sein, da kriege ich so einen Hals, weil jeder geht für sein Geld arbeiten. Und wenn man was kauft, es kann immer mal was kaputt gehen. Aber das ist, das ist Fusch. Das ist Leuteveräppelung und, ähm, also nicht gegen, gegen das Produkt, was da drin ist, sondern einfach die Verpackung und dann so viel Geld, ähm, nee, also kann ich, äh, nur allein von der Seite nicht empfehlen. Finde ich auch echt, äh, nicht gut, muss ich sagen. Was haben wir dann? Ähm, genau, jetzt nehmen wir diesen Karajal. Da habe ich ein bisschen Angst, weil das sind schon hammerhatte Farben. Und da ist so ein Bild dabei, da sieht man auch, was das ist. Also wenn ich das jetzt so mache, macht man das eigentlich noch so, dass man unter die Augen so den Karajal macht, ich weiß gar nicht. Wir probieren es einfach mal. Wie gesagt, ich sehe wahrscheinlich ganz schlimm hinterher aus. Da steht sogar drauf, wie man das schminkt. Also, oben blau, ähm, im Innenauge schwarz und drunter braun. Okay. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Also, das muss ich mir fast hin abschreiben, weil das habe ich noch nie so geschminkt. Ich würde das auch, ich würde auch oben schwarz machen und nicht blau. also, 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 das kommt in diesen Teil, kriegt man wahrscheinlich wieder nicht raus, wie immer, aber es geht. Also, schaut, das sind drei so Karajal. Also, grundsätzlich finde ich so Karajalstifte, die so eine, drehen, die kriege ich gar nicht auf. Ich würde es auch nicht kaputt machen. Oh, schon kaputt. Ähm, okay, ja, wie kriege ich es jetzt auf? Ah, Also, solche Karajalstifte mag ich sehr gern. Habe ich auch über Jahre verwendet. Ich muss sich fast mal alle aufmachen, weil da hängt man ja dran. Ich sag jetzt nichts. Also, einfach, diese, also, grundsätzlich kommt ja der Deckel da drauf. Gute Idee. Aber, der Deckel ist so fest dran, dass man entweder den unteren Teil abreißt oder, wie ich eben, das obere. Das macht meine Meinung zu diesen Produkten auch nicht besser. Das geht dann eher in die Richtung, äh, würde ich auch nicht empfehlen. Also, schaut, also, das muss man einfach nur abmachen. Einfach abmachen ist gut, weil, sobald man das hochzieht, rutscht man sofort ab. Oder ich stelle mich jetzt einfach so doof an, das kann auch sein. Also, dann rutsche ich wieder ran und dann festen wir das mit dem Karajal. Das ist ja wieder so eine Sache, weil, ähm, eigentlich wollte ich noch Wimpern drauf machen. Hm, dann werde ich wahrscheinlich oben gar kein Karajal drauf machen können, weil ich mache nämlich noch einen Eyeliner drauf. Oder ich mache vielleicht erst den Eyeliner drauf. Ich glaube, wir machen erst den Eyeliner drauf, weil der muss trocknen. Und zwar habe ich von, äh, Wisch, habe ich das verstellt tatsächlich, weil, nicht lauter, weil, ähm, da gibt es ja diese magnetischen Wimpern und ich wollte die einfach nur testen. Ich hatte ja früher, das habe ich schon mal erzählt, äh, permanent Lashes drauf und da hatte ich ein bisschen Pech und ich habe ja früher auch schon, ähm, Wimpern zum Kleben gekauft. Allerdings muss ich sagen, stelle ich mich da auch ein bisschen blöd an. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann probiere ich halt einfach die billigen von Wisch und schaust mal, ob die was sind. Und ich muss sagen, die sind echt gut. Ich trage sie aber mittlerweile wirklich auch selten, weil ich von Benefit und von der Firma Unique zwei wunderbare, äh, Mascaren habe und da brauche ich echt keine unechten Wimpern, weil die machen so schöne Wimpern, das reicht mir nicht. Also das ist die Verpackung. Ich weiß auch nicht, was die kostet, um ich glaube 15 Euro. Ich habe nicht die billigsten genommen, weil mir dachte, wenn du dir da sowas in die Augen schmierst, so rum vielleicht. und da habe ich gedacht, da schauen wir mal, welches, ob das ein Nachkaufprodukt ist. Ich kasse mich nicht nochmal nach. Wie gesagt, ich nutze es zu wenig und dann kommt das in so einer schönen Verpackung. Da hast du eine Pinzette dabei, dann hast du die Wimpern, die sind wahrscheinlich nicht sauber. Auch hier noch. Die Wimpern. Ich habe sie nur reingeschmisst. Und dann hast du diesen Eyeliner, der magnetisch ist. Nur alleine verpacken und so wieder geil. Dann machen wir mal diesen, ähm, halbwegs gekonnten Eyeliner oder magnetischen Eyeliner drauf. Der ist sehr flüssig, muss ich sagen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Allerdings, wenn du zu wenig drauf machst, dann hält das nicht. Also, dann schauen wir mal. Ich tauche mal kurz ab. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, brauchen wir jetzt keine Kaya. Allerdings werde ich mit den Kaya dann, das ein bisschen ordentlich machen. Der ist jetzt etwas dick, das muss man sagen. Allerdings halten die, wenn das zu dünn ist, auch überhaupt nicht. Das wird wahrscheinlich dann der Unterschied zu den teuren Produkten sein. Aber, wenn du öfters Wimpern klebst, dann hast du einen ganz anderen Wimpern drauf. Und kaufst natürlich auch andere Wimpern vielleicht. Mir reicht es für die paar Male, wo ich halt wirklich mal welche trage. Und, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mir nochmal welche kaufe. Ich nutze es fast gar nicht mehr. Und, äh, dann lohnt sich das für mich auch nicht. So. Das sieht im ersten Moment immer ganz furchtbar aus. Aber, das wird dann schon, gleich mal wieder gematzt. Also dadurch, dass das so flüssig ist, ist das natürlich auch nicht wirklich gut. Aus gleichem Auge, schaut mal. Und da soll es ja eigentlich gar nicht hin. Aber, ich finde es eigentlich manchmal witzig, wenn man sich so schminkt, wie man zwischendurch aussieht, bis das Endergebnis fertig ist. Also das muss jetzt trocknen. Und wenn, das dauert ein paar Minuten, deswegen machen wir ja mit den anderen Sachen jetzt weiter. Jetzt sieht es ganz furchtbar aus, aber jetzt machen wir mal, was stand auf der Verpackung, jetzt im Innenwinkel auch schwarz, und unten drunter braun. Hm. Ob das wirklich so gut ist? Schauen wir mal. Machen wir halt im Innenwinkel jetzt schwarz. Also das ist auf jeden Fall keine Schminke für mich. Also, überhaupt nicht. A zu dunkel, viel zu viel des Guten. Und, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass man noch so schwarzen Kajal wirklich verwendet. und also, sieht eher aus, als ob ich eine draufkriegt habe. Habe ich früher echt ganz viel getragen. Vielleicht verändert sich das auch im Alter. Das kann auch sein. Dass man dann sagt, man nutzt andere Produkte, weil man ja sonst eher die Falten, oh Gott, weil man sonst eher die Falten verstärkt. Also im Moment ist es nicht meins. schon lange nochmal mit dem unteren Kajal. Und ich finde es auch zu viel. Also ganz ehrlich. Ich finde es einfach zu viel. wie sehen meine Augen aus? Oh Gott. Mal sehen, wie ich das Video dann nenne. Also, ich habe jetzt nur das Schwarz drauf. Und ich finde, das verstärkt diese falsche Foundation-Farbe noch mehr. und jetzt sehe ich alles, als ob ich geheult habe. Also dadurch, dass ich ja Heuschnupfen habe, habe ich immer so verheulte Augen. Aber das Schwarz macht das eigentlich nur noch schlimmer anstatt besser. Und da drehen mir jetzt auch echt die Augen von. Da ist irgendwas drin, wo mir echt die Augen brennen. Also, ich bin ja eigentlich Allergiker. Also bestimmte Sachen vertrage ich nicht. Ich vertrage zwar viel, aber nicht alles. Und da soll ich jetzt mir das Braun noch drunter machen. Ich habe jetzt schon gar keine Lust mehr. Also, das Video ist 41 Minuten. Ich glaube, muss ich mich jetzt beeilen. Das ist blau. Also, das ist kein schönes Video. Es tut mir leid. Vielleicht schneide ich es noch. Also, ob ich das Braun jetzt da drunter mache oder nicht, macht jetzt keinen Unterschied. Man sieht es nicht. Aber ich glaube einfach, die solche Produkte viel verwenden. Die haben einen ganz anderen Faible dafür. Vielleicht mache ich das Blau doch noch drüber, weil es ist eh schon viel zu viel von allem. Und kaputt gemacht habe ich ihn ja auch schon. Das heißt, er wird sowieso nicht mehr lang bei mir leben. Ja, das ist alles zu viel. Das ist eher ein schwarz, ist ein blau. Ja, das ist, ich weiß nicht, was man da vor Augen hat. Das ist ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Ich hoffe, dass noch wenigstens die Wimpern halten. Also, ganz schrecklich. wahrscheinlich jeder, der diese Produkte verwendet, lacht sich gerade halb tot, wie ich mich anstelle. Aber ich finde es einfach nur furchtbar. Und wie gesagt, ich merke auch, dass diese Produkte mir meinen Augen nicht gut tun. Also, da ist irgendwas drin, wo ich überhaupt nicht vertrage. wo definitiv ich allergisch reagiere. Jetzt muss ich gerade mal, jetzt muss ich ein bisschen schummeln. Das ist das, was ich ja immer mache. Da muss ich jetzt die andere Seite herhalten. Also, so würde ich heutzutage nicht mehr auf die Straße gehen, ganz ehrlich. es hatte so gut angefangen mit dem Blasch auf den Argen und jetzt wird es eigentlich nur noch schlimm. So würde ich jetzt nicht in meinen Keller gehen und Wäsche runtertragen. Ja, also ganz schlimm. Nicht meine Farben. Wird nicht mal ins Badezimmer kommen. Wären wahrscheinlich gleich weiter verschenkt oder entsorgt. Also, überhaupt nicht meins. Das sieht bis vom Weiten aus. Ganz furchtbar. Ich glaube, ich mache jetzt erst mein Lipgloss drauf, damit ich irgendwas retten kann. Und dann machen wir die Wimpern, weil ich finde es einfach so schrecklich. Also, ich kann mir auch gar nicht mal vorstellen, wie ich früher mit solchen Karajalstiften zurechtgekommen bin. Das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ihr wisst auch gar nicht mal, weil irgendwie finde ich den Look schon ganz schön scheiße. Ich nehme jetzt halt einfach ein Lipgloss von mir. Das ist von Deor. Das war eigentlich mal ein Fehlkauf. Ich wollte schon die Farbe kaufen. Aber da gibt es noch einen, ich weiß nicht, ob das die 01 ist, der so ein bisschen die Lippen plammt. Und das war der eben nicht. Aber der kostet 35 Euro. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, ich nehme schon halt. Den machen wir jetzt auf die Lippen. Den liebe ich, den nehme ich das ganze Jahr. Der klebt allerdings. Den isst man halt den ganzen Tag über. aber wenn man ein furchtbares Augen-Make-up hat, sollte man wenigstens vernünftige Lippen haben. So, jetzt probieren wir es noch an den Wimpern. Wahrscheinlich werden die ganz schlimm aussehen. Jetzt weiß ich noch nicht, tun wir erst die Wimperntusche drauf machen oder erst die Wimpern. Ich nehme jetzt noch die Wimperntusche. Das ist jetzt die, die ich auch nicht so wirklich gut fand, weil die so unhandlich in der Hand liegt. Mein Verwalten geht's ja. Aber wir sind bei 45 Minuten. Das ist, ich finde es so schrecklich. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Übrigens, auch wenn das Video schon so lange ist und es gefällt euch wenigstens ein bisschen, lasst mir gerne ein Like da und abonniert mich gern. Also, ich habe sonst nicht solche Videos. Also, das hat wahrscheinlich auch wieder irgendeine Funktion, diese Wimperntusche. Ja, genau. Und zwar, das zwei verschiedene Seiten. Eine kurze und eine lange. Jetzt wird es. Mit der kurzen machst du die Wimpern nach oben und mit der anderen trennst du wahrscheinlich dann, weil das ist, wie wenn du dir die Wimpern ausreißt. Also, das Bürstchen ist ganz zart. Rein von der Handhabung her finde ich sie schrecklich. Also, nicht nur schlecht, sondern schrecklich, weil, das kann ich euch auch sagen, also zum Auftragen gut. Das Produkt ist genug dran, also das schon. Aber diese zweite Seite, wo man da sozusagen die Wimpern trennt, da habe ich das Gefühl, ich reiße mir die Wimpern raus. Also, komplett durchgefallen. geht gleich weiter an jemanden, der sich noch austoben will und muss und er das zum Rumschmieren nimmt. Also, wie gesagt, jetzt machen wir die Wimpern noch drauf, um irgendwas noch zu retten. Aber ich glaube, das ist alles vergebene Liebesmühe. So würde ich niemals nach draußen gehen, aber, mei, jeder schminkt sich ja anders. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir die Wimpern richtig, sehe ich ja gar nichts mehr. Meine Augen sind gefühlt total anglaufen jetzt. Ganz furchtbar. Ich hasse jetzt mittlerweile eigentlich unechte Wimpern, weil ich es eigentlich nicht mehr nutze. Ja, war ja klar, dass das heute nicht hält. Müssen wir es anders machen. Das hat so richtig diesen schönen Vorfühleffekt heute. Und ich denke, dass durch den Kajal jetzt der Wimpernkleber nicht richtig hält. Da muss man auch unheimlich viel drauf machen. Also bei diesem hier von Weitem sieht es immer nicht schlecht aus, aber von Nahen ich bin ein bisschen enttäuscht. Ihr merkt es an meiner Stimme. Aber das ist halt einfach die Produkte, die sind wirklich teuer für meinen Geschmack und ich finde sie schlecht. Ich bin ganz schwarz da hin. Prinzette irgendwie nicht funktioniert. Also der Kajal färbt auch ab. Richtig geil. Kajal ist normal, wenn er abfärbt, aber nein. Also ich sage mal, wenn du irgendwo feiern gehst und es muss mehr Cover Boom sein, dann okay. Aber es ist einfach noch schrecklich. Von Weitem geht's, gell? Aber ich würde so nirgendwo hin gehen. Nicht mal mit den Wimpern. Also ich sage jetzt mal, wenn du diese Kajal-Stifte nimmst, dann musst du fast Wimpern drauf kriegen, weil das ist, also mir gefällt es überhaupt nicht. Wie gefällt euch der Look? So von Weitem geht's, aber ich bin Brillenträger und sehe es ja nicht so genau. Ich finde das mit diesem Kajal hier unten, also ich weiß nicht, ist das überhaupt noch modern? Macht man das noch? Ich sage es mal so, finde ich es jetzt echt okay. Der Kajal verschmiert mir hier schon. Aber das ist bei mir immer so, deswegen trage ich auch keinen Eyeliner. Die Augen sind total unsauber geschminkt. Also das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Also es war jetzt eigentlich vom Resümee der Box, was würde ich da aus der Box eigentlich nur empfehlen. Das ist fast das Blush, aber das auch nur als Highlighter. Die Foundation und die BB Cream von Auftragen vielleicht gar nicht so schlecht, aber nicht meine Farben. Dafür können die Produkte nichts, aber dieser Kajal, der brennt mir in die Augen. Schaut's mal meine Augen an. Das ist nicht normal. Der Bronzer zu dunkel. Wie gesagt, die Häutchen sind ja auch unterschiedlich. Also wenn jemand ein bisschen dunklerer Haut hat, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Also ich bin von den Produkten wirklich enttäuscht, das muss ich schon sagen. Also mal grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, gar keins empfehlen. Überhaupt gar nicht. Also testest das gerne mal aus. Wie gesagt, es gibt ja diese Trash-Pakete, wo man sagt, du, ich hab Sachen probiert, die kann jemand anders auch mal probieren. Also wenn da jemand Interesse hat, kann er da gerne auf mich zukommen. Aber ich persönlich, schon allein ohne Wimpern kleben, würde ich den Look überhaupt nicht nehmen. Also ich werde mich jetzt komplett abschminken und nochmal neu machen mit meinen Produkten oder vielleicht einfach nur eine Creme erst mal drauf, dass ich die Haut erholen kann. Von Weitem geht's echt, gell? Also ich rutsche mal noch ein bisschen zurück. Von Weitem sieht's gar nicht, also für mich als Blöden-Träger, von Weitem sieht's gar nicht so schlecht aus, aber von Nahen ja, schlimm. Schlimm. Also wenn ich das sehe, furchtbar. Ich mag mein Lipios. Oh Gott, wir haben jetzt 50 Minuten verschminkt, verquatscht, aber wie gesagt, mir war das jetzt mal wichtig, dass man sieht, wie lange man da braucht, auch wenn das so neue Produkte sind, wo man sich erst rantasten muss oder ausprobieren muss, da würde ich jetzt auch keinen Fixing-Spray drauf machen, weil das macht's wahrscheinlich noch schlimmer. Wie gesagt, mein Resümee, nein, auf gar keinen Fall. Ja, gut, jetzt kann jeder selber entscheiden, ob Ihnen das Video gefallen hat oder nicht. Ich habe Verständnis, wenn da ein Darm nach unten irgendwann kommt, also da bin ich niemandem böse, aber ich kann ja selber nichts dafür, es ist meine Art und Weise und ich habe ja die Produkte getestet und ich möchte eigentlich diese Videos immer nicht schneiden. In diesem Sinne, auch zum Abschminken, auch zum Neuschminken, lasst mir trotzdem ein Abo da oder ein Like, wenn es euch ein bisschen gefallen hat und schreibt's mir gern, wenn jemand diese Produkte kennt und mag, vielleicht mache ich ja auch was falsch. Also das kann ja auch sein. Wie gesagt, verwalten finde ich gar nicht so schlecht, aber ich gehe so nicht vor die Tür. Ich gehe sie jetzt abschminken und wünsche euch einen schönen Tag. Alles Liebe, eure Heike.